Warum haben sie sich beworben? Weil ich ein großer Fan bin vom ESC, weil das irgendwie nur das Beste an den Leuten hervorbringt. Da ist ja nicht Freiheit, Zusammenhalt und sowas. Wenn du ESC guckst und es wäre jeden Tag ESC, würdest du denken, Dicker, was ist das für eine geile Welt? Alle gut gelaunt, bunt angezogen. Das ist mega. Was sind ihre Stärken? Was sind ihre Schwächen? Meine Stärken sind, ich bin zielstrebig, ich bin offen, ich habe Bock auf dem ESC. Und meine Schwächen, ich bin nicht der Größte. Wo sehen sie sich in zehn Jahren? Ich hoffe doch, auf einer entspannten Insel irgendwo mit meinen sieben Hunden und Kindern und chill, chill mein Leben.